Ich lerne Deutsch. Nummer 15900 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Ich erkläre euch jetzt genau, was heute das Ziel unseres Trainings ist. Ich erkläre euch jetzt genau, was heute das Ziel unseres Trainings ist. Können die Vorschläge meines Mentors mir wirklich nützen? Können die Vorschläge meines Mentors mir wirklich nützen? Können die Vorschläge meines Mentors mir wirklich nützen? Der Begriff pädagogisch beschreibt etwas, das sich auf die Bildung, Erziehung oder Unterrichtung von Menschen bezieht und darauf abzielt, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Der Begriff pädagogisch beschreibt etwas, das sich auf die Bildung, Erziehung oder Unterrichtung von Menschen bezieht und darauf abzielt, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Der Begriff pädagogisch beschreibt etwas, das sich auf die Bildung oder Unterrichtung von Menschen bezieht und darauf abzielt, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Die Bedingungen sind nicht optimal und die Konkurrenz ist groß, aber ich habe die Chance zu gewinnen. Intelligente Menschen sind in der Lage, komplexe Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Manchmal sieht es ziemlich gefährlich aus, was ich mache. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.